Jetzt holen wir ihn. Schön da bleiben, schön weiter essen. Ja! Nein! Wieso denn? Hey! Hol dir was zu essen. Ja! Wir haben den seltenen Hund! Na du? Ja! Oh, du bist ein ganz schönes Tier. Ja, komm mal her. Es wird gestreichelt. Na komm. Ja, schöner schwarzer Hund, du. Yes, jetzt haben wir den auch. Nice! Nice! So, einen wunderschönen liebe Zuckermannschaft. Wir sind wieder zurück in Far Cry Primal. Und wir haben vor, uns hier ein paar Mammuts zu snacken. Äh, Ziele gegen den Angriffsaufsicht. Das bedeutet, wir könnten doch unseren Bären holen. Ich glaube, ein Bär ist sehr tanky. Den können wir uns an so einen Mammut vergreifen. Oder was meint ihr? Na ja, wir vergreifen uns jetzt schön an einem Mammut. Ein bisschen Mammutfeld brauchen wir auch. Und wir machen es natürlich, äh, mit Flammenpfeile. Ja! Ja! Haben wir ihn getroffen? Nein! Dein Ernst? Dieser Mammut, warum? Ich brenne! Püüub! Die Mammuts Das ist die Feuerwehr Des Dschungels Aber der rennt weg Wieso rennt der weg? Wer? Warum rennt der weg? Er hat auch keine Ahnung Und wenn wir den hier weg machen Moment Wir könnten doch den Pfeil wieder entzünden Da rennt eine Ziege Yes Oh so ein Reno wäre auch toll Wieso rennen die denn alle weg? Bleibt doch stehen Ich brauche neue Pfeile Ich glaube das wird ein Riesenfehler sein Denen jetzt hinterher zu gehen Weil wir die ein bisschen aufgestachelt haben Ja das wird schön werden Die sind Schildkröten Oh Was hat bloß mal ein Bär Jetzt gerade verschwunden Ach ne Bärchen Da Hier Nimm mal ein Fleisch Mammut 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 häuten Sehr gut Ein Mammut haben wir schon mal Was ist denn mit unserem Bär passiert? Bist du ertrunken? Ja sammel erstmal was für mich Genau Kann ja nicht sein So Die Schildkröten Die eine lebt noch Äh da ist das andere Mammut Ding Oh Sind sogar ein paar mehr Mammuts Kopfschuss Ja ist klar Du Kack Mammut String für heilen Nein Wie heftig Okay Äh Wo sind wir? Da Geh mir denn da lang Äh Unser Bär ist tot Wiederbeleben Braucht Rotblatt Haben wir Kein Problem Oh das war jetzt mies Na komm Nimm es Na hätte ja was werden können So ein Scheiß Aber krass wie der Bär Einfach mal One Hit war Also sah aus Nach einem One Hit Weil ich glaube Der hat auch nicht so viel So viel Leben gehabt Aber wenigstens konnten wir Ein Mammut Äh Beuten Wenigstens etwas Alter hast du mich erschreckt Bär Mach das nicht nochmal Hallo Schwein Hallo Schweinchen Hol ihn dir Ja Zerfleisch ihn Hehehehe Hehehehe Wir brauchen Wir brauchen noch Einen Namen für unseren Bär Bärchen Einfach Bärchen Passt schon Oder Grizzly Kommt schon irgendwann Irgendwann kommt der Gedanke So Ja genau So muss er heißen Taschen ist fast voll Ah Bevor wir mit ihr hier reden Machen wir nochmal schnell die Mammuts Jetzt kriegen wir sie aber Schönen abfackeln Aber ich glaube wenn wir jetzt nach vorne gehen Werden uns denn hart rannehmen Aber ist mir egal Ich will von den Mammuts ihre Fälle haben Die brauchen wir unbedingt Weil nicht dass die uns jetzt hier schon wieder weg machen Wenn ich da rüber gehe Kann ich mir so gut vorstellen Dass die jetzt richtig Agro auf uns sind Nehmen wir ein bisschen Stein mit Schiefer kann man immer gut brauchen So wo sind es Wo sind die jetzt hin Bärchen Schön aufpassen Nicht dass die uns denn überfallen Die bösen Mammuts Aber die sind erstmal geflüchtet Oder Nimm die Spur auf Wo sind sie Kann doch nicht sein Dass wir die Mammuts jetzt verloren haben Die sind doch so groß Die kann man doch nicht verlieren Da ist auf jeden Fall ein Hund Wollfell haben wir noch genug oder Ne hatten wir nicht Gut Nehmen wir mal ein bisschen Aber Wie sie sehen Sehen sie Keine Mammut Hä Du mich auch Ich nehme mal deine Beute Kleiner Hund Auf jeden Fall da ist Irgendeine andere Quest Was ist denn da für eine Quest Rettung Ereignis Ach Ja Warum nicht Wenn wir schon mal hier sind Die Mammuts haben wir ja eh verloren Töte die Angreifer Und rette die Vanyas Bärchen Klapp ihn dir Bestchen Kill Oh Äh Genau Mach ihn fertig Kack das Rino Yes Rino haben wir Bärchen Hast du es nicht geschafft Oh du Armer Hier komm Nimm mal ein Stück Fleisch Ja Das war ein Böser Rino Ich weiß Aber wir haben ihn Yes Unser erstes Rino Vieh getötet So haben wir auch die Quest geschafft Ich glaube schon Bärchen Machen Fertig No Hahaha Noch mehr Wo kommen die denn alle Hahaha Wie der Hund Ihn einfach mal umgeworfen hat Finde ich gut Braves Hundi Sind denn noch mehr Tatsächlich Wo kommen die ganzen Typen her Los Bärchen Hehehehe Schnapp ihn dir Flup Perfekt Bestchen Kill Und jetzt kommt das Hundi von hinten an Genau Zerfetzt ihn In der Zwischenzeit Gucken wir mal Hier Den können wir noch So Wir sind schon wieder Total Ab vom Weg hier Hä Was willst du Schwein Du willst doch nicht etwa Wo kommen denn Wo kommen denn die ganzen Leute her Leckt mich doch Noch irgendwas böses Ach mein Bärchen kümmert sich drum gut Mann 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 Ich will doch einfach nur Ist das ein Geier der uns umherum fliegt Tatsächlich Boah so ein Geier wäre jetzt nicht schlecht Ach haben wir doch So ein Viech haben wir doch schon Hä Gegenstand ist voll Okay Na was hast du Feines für mich Hier kriegst du erstmal ein Stück Fleisch So wir sind wieder Total Ab vom Weg Äh Hier ist auf jeden Fall Wolfgebiet Ja Habe ich gemerkt Wir wollten das hier machen So Da lang Aber wir brauchen unser Bärchen nicht mehr Wir könnten ja wieder unsere Unser Streifenhörnchen nehmen So hier sind schon wieder Die Typen Ich fasse Warum sind hier denn So viele Menschen Streifenhörnchen Los Mach was Mach was Boah geht weg ihr verkackten Schweine Wollt ihr mich verarschen Wollt ihr mich verarschen Hier sind eindeutig Viel zu viele von diesen komischen Typen Wo kommen die denn alle her Kann doch nicht wahr sein So Zur Quest So kommen wir ja nie weiter Eskortieren Ja klar Kein Problem Ich eskortiere dich Äh Ach Ich muss die Gruppe erstmal finden Und die denn zu ihr bringen Ja Kein Problem Hallo Ihr schönen Auserrechen So Was Chaos Schasa Chaos Hügel entdeckt Chasa Hügel entdeckt Okay Tach Na So mit wen rede ich denn Wer hat hier was zu sagen Ihr Ja Tach Ich muss euch beschützen Machen wir auch Und Streifenhörnchen ist mit dabei Sehr gut Der kann denn schön anfangen zu knurren Wenn hier irgendwas Äh Vor sich geht Mhm Wir haben einen verloren Kacke Was geht denn der auch da sofort ran Ohne Witz So ein Idiot Ich muss vorrennen Und sterb dabei Idiot Ja toll Jetzt können wir das nicht auf 100% machen Sagste Weil er unbedingt nach vorne rennen Alter wie viele Äh Und ein Bär auch noch Nein Das kann nicht Ich fasse es nicht Dieser Bär Jetzt sind nur noch zwei Ich fasse es einfach nicht Achso wie kann ich eigentlich Achso ich glaube dann muss ich erstmal die Katze holen Und dann wieder mein Viech Und hier sind schon wieder welche Wo kommen die alle her Auf was Was für eine Schwierigkeit ist es denn hier Erst kommt so ein verkacktes Viech an So ein Bär Metzelt einen weg Der andere Denkt er wäre hier Äh Mac Rambo Tank auch noch Moment Bärchen Äh Streifen wir uns hin Noch jemand Ach da oben Ach das sind unsere Sehr gut Hat er Echt jetzt mein Hundi getötet Hundi Komme hier Nimm mal ein Stück Fleisch Achso von hinten kommen noch welche Kein Problem Hier auch noch Ich sollte mich mal heilen Nom 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 Lecker Fleisch Was sagst du Wir haben keine Munition mehr Ja super Und wir brauchen wieder hartes Holz Ja Wieso Habe ich doch in meiner Hose Oh man Haben wir geschafft Ja Geil Es konnte Erfolgreich Hat Zwar hat nur die Hälfte geschafft Aber Zwar erfolgreich So wo So Wo sind wir jetzt eigentlich Wir haben eine Keule gefunden Wir haben das gefunden Hier ist noch ein Stein zum berühren Die Hand Und 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 was sagst du Noch ein Yes Noch ein Dann haben wir die Belohnung Oh wow Das waren ganz schön viele Ah Ah Jetzt hole ich mir erstmal meine ganzen Pfeile zurück Körper bewegen Ne 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 Ey Gehst du weg Das ist meins Ich hab da meine Pfeile reingeballert Will ich auch alle wieder haben Ich hab nachgezählt So da vorne muss noch einer sein Äh Erstmal V drücken Ah Da Noch ein Pfeil von mir Ja Da steht mein Name drauf Geht bloß weg Ja Hier sind ab Hier sind Jetzt kommen hier schon wieder welche Ne das sind nur Moment Das ist ein Das ist ein seltener Äh 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 Tier wegschicken Äh Da ist ein seltener Hund Den Den wollen wir haben Äh 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 Genau den wollen wir Genau den will ich haben Ne Nicht den Ich will den nicht Ich will den Hund Wo sind der Schwarze Jetzt hin Hört ihr auf den Schwarzen Anzugreifen Hier Willst du nicht was zu essen Yes Jetzt holen wir ihn Schön da bleiben Schön weiter essen Ja Nein Wieso denn Hey Hey Gut hier was zu essen Ja Wir haben den seltenen Hund Na du Na du Ja Oh Bist ein ganz schönes Tier Ja Komm mal her Es wird gestreichelt Na komm Ja Mh Schöner schwarzer Hund du Yes Yes Jetzt haben wir den auch Nice Hier Seltener Rothund Der eigentlich schwarz ist Warte Äh Häutet Kadaver und sammelt Nach einer Tötung Roh Nice Hätte ich das gewusst Dass die das können Das bedeutet Ähm Wenn ich was getötet hab Rennen die da hin Fleddern das Und bringen es zu mir Das müssen wir testen Nice Wie geil ist das denn Ja Winsel Winsel Kein Problem Oh Genau Guck's dir an Tasche ist bereits voll Und was denn damit Macht er nicht Kann ich das wieder aufheben Ne Erstmal B drücken Wegschicken Wieder hin Okay Die 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 Dinger muss ich noch Per Hand machen Kein Problem Und die Sonne stört mich Gerade richtig hart Rothundfell Fast voll Mhm Ah Die Sonne verschwindet wieder Oh Los Hund Schnapp ihn dir So Holst du Holst du jetzt Was Willst Erst gestreichelt werden Okay Jetzt zeig mal Was du kannst Nicht lachen Seltenes Seltenes Weißes Wolfsfell Ja Schön Aber Ich hab doch jetzt hier Viecher getötet Warum holst du es nicht Warum holst du es nicht Nach Tötung Willst du mir nicht das hier holen Ja Ja er buddelt Hat Tatholz gefunden Toll Hä Ja Ja Flatter es doch Moment Häutet Häutet Kadaver Und sammelt Nach einer Tötung Findet und bringt Rohstoffe während du untätig rumstehst Heißt das Ich muss das Vieh Angreifen lassen Hm Oh Da ist das Ding erstmal weggerannt Das testen wir jetzt mal Ob das Vieh Erst ein Töten muss Oh Es ist hinter uns Oh Ich brenne Mach den Mach ihn weg Okay Hat doch nicht so geklappt Hier ist was zu essen Okay Äh Aber den Wolf schaffst du Oder Wie das Tier einfach mal schwach ist Ich fass es nicht Ja Also das mit Nach erfolgreicher Tötung Und so Das ist hier Gedingst Werden Kann Kannst Kann man leicht Knicken Weil das Vieh ist Schwach Tut mir leid Da ich das so sage Aber du bist Schwach Oh Seltenes Wolfding Ja kacke Was Was Ja Also Ja ist schön Dass du jetzt paar Sachen Für mich sammelst Aber Hartholz Du hast mir gerade Hartholz gesammelt Hm Muss ich mir vielleicht merken Auf jeden Fall Das Tier ist wirklich Schwach Muss ich sagen Stärke Zwei Stärke Eins Stärke Zwei Stärke Drei Ja ne ist klar Warum W-w-w-w-was Das Tier Hat eine Stärke Von zwei So ein verkackter Wolf Hat nur eine Stärke Von eins Und schafft es nicht Den wegzumachen Müssen wir Ah Halte alt gedrückt Um zurückzurufen Okay Ja Aber Ich denke mal Das war es erstmal Für diese Folge Ich denke mal In der nächsten Folge Werden wir Endlich mal Okay wir gehen da hin Werden wir hier Das hier Oh hier gibt es Tapa Tapire Ne eigentlich wollte ich Das hier machen Oder Wie weit bin ich Jetzt weg Von meinem Ziel Ganz schön Ganz schön Weit weg Lagerfeuer Wiederauferstehungspunkt Okay Ich würde sagen In der nächsten Folge Werden wir Das ist eine Höhlenmission Können wir auch machen Äh Werden wir auf jeden Fall Hier hingehen Äh Da Das Lager Lagerfeuer holen Und dann Äh Ja Die Bestie töten Das hier machen Das hier machen Äh Das hier unten Auf jeden Fall auch Und natürlich hier Äh Das Leuchtfeuer uns holen Mal gucken Äh Ob wir das alles In der Zeit schaffen Ich glaube es nicht Aber mal gucken Ich lasse mich ja immer So gerne schnell ablenken Dann würde ich mal sagen Äh Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye bye Und denkt dran Leute Immer schön Den Lachs auf den Tisch hauen Ne